Was ist das Problem der 10-Tages-Regelung? Vor oder nach dem 31.12. mir zu- oder abfließen, dann rechne ich die in das Jahr der wirtschaftlichen Zugehörigkeit. So, und dabei ist ein neues Problem aufgetaucht, nämlich eine neue Rechtsprechung. Und das Ganze von den Tatbestandsmerkmalen habe ich Ihnen hier einmal ganz kurz zusammengefasst. Also Zahlen müssen eher von 10 Tagen geleistet werden. Die Überweisung, Abschluss bei Eingang der Überweisung bei der Bank, wer noch mit Überweisungsträgern arbeitet. Ansonsten heißt das bei mir, Eingabe der TAN ist bei mir der Abflusstag. Nicht, weil mein Konto wirklich belastet wird. Es geht um die Eingabe der TAN, wird aber auch dokumentiert seitens des Onlineportals bei den Bankern. Bei Lastschrift, ganz simpel, Lastschrift heißt immer, bei Fälligkeit habe ich gezahlt. Egal, weil mein Konto belastet wird. Das ist dieses Stichtalsprinzip bei Lastschrift halt. Dann bei Umbuchungen ist eben Zeitpunkt der Umbuchungsmitteilung maßgebend, aber ganz ehrlich, die Umbuchung ist nicht ganz so wichtig für uns. Das Entscheidende ist immer die Sache, es muss innerhalb von 10 Tagen bezahlt worden sein. Und dann kommt leider die allgemeine Aussage, aber auch fällig gewesen sein. So, und diese 10 Tage, die wir jetzt hier haben, sagt der BfH, ist ohne 108 Absatz 3AO. Heißt also, ist das Fristende auf einen Samstag. Dann verschiebt es sich nicht bitte auf den nächsten Werktag. Das ist ausgeschlossen. Das hat der BfH auch entschieden. Steht mittlerweile auch in den Einkommenssteuerchenweisen verankert. Bei Erstattungen, die können wir ganz kurz abhandeln, erst mit Zustimmung sind die natürlich fällig. Eher nicht. So, das Ganze würde ich Ihnen ganz gerne einmal mit einem Beispiel darstellen, weil das für Sie in der Praxis sehr, sehr wichtig ist. Spielen Sie ruhig erstmal mit und sagen Sie nicht, ich schalte jetzt erstmal ab. Umsatzstoff-Voranmeldung ist doch alter Kaffee, brauchen wir nicht. Große Bitte, nicht abschalten, spielen Sie mit. Dann wird am Ende nämlich ganz interessant. Und zwar folgendes. Wenn wir mal nehmen, die Umsatzstoff-Voranmeldung, ist der Klassiker für, ja, mehr oder weniger, regelmäßig wiederkehrende Ausgabe. Dezember 2019, fällig 10.01.2020 ist ein Freitag, fällig Kartenau auch 10.01.2020. Wenn ich die per Laststrift zahle, dann gilt das Ganze gezahlt am 10.01.2020, damit innerhalb von 10 Tagen, bedeutet es die Betriebsausgabe 2019. Und wichtig ist für mich, bei Lastschrift schaue ich auf die Fälligkeit der Abgabenordnung, nicht des Umsatzsteuerrechts. So, mit der Spielerei starten wir jetzt mal. Daran denken, was jetzt kommt, sind extra fiktive Jahreszahlen, damit Sie das System sehen. Denn das System müssen Sie einmal verinnerlichen und dann können Sie nachher auch sehr super anwenden. Wir tun mal so, für die Umsatzstoff-Voranmeldung im Dezember 0.0. Die ist fällig am 10.01.2021, ist ein Samstag. Fälligkeit laut AO 12.01.2020, weil es verschiebt sich auf den nächsten Werktag. Und wenn ich jetzt per Lastschrift zahle, habe ich gezahlt am 12.01. 12.01.2021 gezahlt, außerhalb von 10 Tagen, Betriebsausgabe 01.00. Normalfall. Jetzt kennen Sie die Kennziffer in der Unterschrift-Voranmeldung, da setzen Sie ein Häkchen, dass der Mandant selber zahlt. Also schalte ich quasi Lastschrift aus. Machen wir das mal. Dezember 0.0. wird gezahlt am 9.01.2021 per Überweisung. Fälligkeit bleibt der 10.01.2021 ein Samstag. Die AO-Fälligkeit verschiebt sich auf den 12.01.2021. Nur, entscheidend für mich, die AO-Fälligkeit interessiert mich nicht. Die Fälligkeit der Umsatzsteuer ist und bleibt natürlich der 10.01.2021. Heißt also, ich blende mir das Ganze einmal aus und habe dementsprechend als Sichtpunkt nur noch diese beiden Daten. Fälligkeit 10.01.2021. Zahlung 9.01.2021. Passt, Betriebsausgabe 00.00. So, soweit haben wir es schon immer gehabt. Und jetzt kommt der Paragraph 11. Und da steht nichts von Fälligkeiten dran. Da steht nur was von Zahlung dran. Fazit, wir gehen nochmal rein. Dezember 0.0. wird gezahlt am 9.01.2021. Frage ist, brauche ich diese Fälligkeit hier überhaupt von der Umsatzsteuer? Antwort, nein. Ich gucke nur hin, wo gehört es hin? Dezember 0.0. Habe ich bis zum 10.01.2021 gezahlt? Jo, Rechtsfolge, Betriebsausgabe 00. Hier ist das leicht, weil wir die Fälligkeit immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Machen Sie mal folgendes. Nehmen Sie mal den November 0.0. als Vorwaltmeldungszeitraum. Warum auch immer. Mandant verpennt es, Mahnungen sind gekommen und er zahlt am 9.01.2021. Die Umsatzsteuerformel ist aber fällig am 10. Dezember 0.0. Das heißt, die Zahlung wäre jetzt innerhalb von 10 Tagen aber die Fälligkeit nicht mehr. Wie gerade erzählt, die Fälligkeit interessiert mich aber nicht. Fazit, Betriebsausgabe 00. Und das ist das Neue. Denn der BfH hat, und jetzt switchen wir mal auf das andere, weil Umsatzsteuer, ganz ehrlich, ist langweilig. Kann man super mit erklären, langweilig. Gehen wir rüber. Der BfH hat nämlich im Juni 2018 extra entschieden, es kommt nicht mehr auf die Fälligkeit an. Beispiel. Wir haben einen Zahnarzt. Der hat mit einem Labor einen Vertrag, also Dauerschuldverhältnis. Und ich bekomme die Laborrechnung im Dezember 2019 über 10.000 Euro. Fälligkeit ist 22. Januar 2020. Die Rechnung wird aber gezahlt am 7. Januar 2020. Frage ist, wann ist die Laborrechnung eine Betriebsausgabe? Viele werden jetzt sagen, ja, 2020, weil die Fälligkeit außer von 10 Tagen ist. Das wäre die Lösung, wenn ich auf die Fälligkeit abstelle. Wie ist aber die Lösung, wenn ich nicht mehr auf die Fälligkeit nach dem neuen Urteil abstellen darf? Dann ist es nämlich 2019. Heißt für uns, und das BfH-Urteil ist in den Einkommensstehenweisen mittlerweile veröffentlicht, können Sie dort gerne nachlesen. Die Verwaltung wendet es tatsächlich an. Und das hat, finde ich, eine ganz gravierende Auswirkung. Stellen Sie sich vor, Sie setzen die Betriebsausgaben im Jahre 2020 an. Jetzt kommt ein Betriebsprüfer. 2019, Steuerbescheid, ist bestandskräftig. Der sagt, gehört nicht nach 2020, muss nach 2019. Man freut sich innerlich. Ja, aber das Problem ist, AO macht froh. Wie ändere ich denn jetzt den Steuerbescheid 2019? Habe ich auch ein nettes Urteil für Sie? Ist so aus 2017, betrifft aber genau die Problematik. Der BfH sagt, das ist keine Korrektur nach 173, AO. Denn das ist an der Stelle grobes Verschulden durch den Steuerberater. Dann könnten wir auf die Idee kommen, 174, widerstreitende Steuerfestsetzung. Ist es leider auch nicht, weil Sie haben es im Jahre 2019 gar nicht angesetzt. Dann kommt immer der letzte, ja, ich sage jetzt mal, Hoffnungsschimmer am Ende des Steuerrechtes. 129. Ist auch abgelehnt worden, weil es ist ein Rechtsfehler. Und dementsprechend, leider Gottes, ist es eine vierte Version, die Sie jetzt nicht sehen, weil ich habe mir erlaubt, weiß auf weiß zu schreiben. Da steht Haftungsfall. Denn das wäre leider ein Haftungsfall. Und dementsprechend müssten wir dafür leider haften.